Jo Leute, ich bin's Lilian und ich spiel heute mit Laurin. Mach Geld. Ja, wir stehen mit Creative Auffilm. Ja. Der neue Shop ist heute hier. Eigentlich recht scheiße, find ich. Aber das ist so scheiße, Kappa. Ach. Oh no. So, wir sind auf jeden Fall voll viele, auch weißen Galaxy-Skin. Dann hab ich selber, aber ich spiel den grad nicht. Bock mal Fisch-Skin wieder mal zu spielen. Ja. Mal gucken, welchen Regen. Oha, ich geh auch in die Red-Rust-Map. So. Kontra vor allem, wie die Teams jetzt sind. Und... Oh ne. Auf Scheiße. Oh je. Ist die Map mit Tech SMG? Ne, das ist ja nicht zum Glück. Aber Turn-Gon. Spiel die Turn-Gon ist mir egal. Fischigete. Fischigete. Meine Edit sind heute auch scheiße geworden. Ja, ich habe heute nicht so lange gespielt. Fischigete. Vielleicht eine Runde mal... ...pures Gold. Jungen, das ist scheiße, Kappa. Ey, Digga. Mein Gott, wer ist das? Weil mich pushen ganz safe, Logan. Wenn der ist schon so spät, ist safe, Logan. Das kann auch der Team-Mate sein. Logan baut nicht so gut. Ich baut recht scheiße. Ja, dann ist es dein Team-Mate und du hast dich jetzt angeschaut. Ja, 3 gegen 3 Eier. Oh, süßene. Digga, ich bin gegen den Scheiß-Kämmer gegangen. Und alle auf den High-Gon campen. Und er spielt Combat. Und das wäre ich mal einen von Logan. Ey, was kann ich hier nicht durch? Ich bin zu fett geworden. Bis zu Logan. Ja, das war er. Und das war auch mal komplett. Ich habe vor allem Blues-Golkisch, aber sonst war ich auch nie eingespielt. Ja, und fliegt noch mal einer. Mein Aim ist grad lost mit der Scar. Fischi, Gertrap. Oh, Digga. Was habe ich grad mit denen gemacht, Digga? Und das heftig zerstört. Jungen, tschüss. Oh mein Gott, wer hat mich da gelasert? Was tut es? Oh mein Gott, wer hat mich da gelasert? Was tut es? Slogan Zellschlein war da dabei gleich Oje ich hab jeden aus Slogan in meinem Team einmal gekillt ja dich, dein Galaxy und der andere dieser Metallbeauftragte ist irgendwo, ah da baut er sich ein gewisser Herr Fateskin Hallo Fates hast du schon wieder auf Fightground was gibt's doch Diggite mir One shot pump alter Ey, mein Team jetzt auch scheiß gewonnen Galaxy Skins One shot Ey da kommt der noch von oben alter das sind lächerlich so die 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 wenn man Rauchkanaden schmeißt alle das ist so ekelhaft das ist so unfair Digga die soll mal die Rauchkanaden raus machen echt Digga werden die alle in dann sie gehen alle ich kann ich habe ein flugback gehabt ich war oben in engel sie und es leckt alter fischi gett ey er so und schott was macht meine scheiß team jetzt schon wieder kein Bock mehr ja und Lauren hat einen ich glaube das ist schon wieder ekelhaft snipen alter sind doch auch tommy dann soll ich dynamit schmeißen ich habe dynamit dabei nein komm zu mir wir trinken kalt die so na da wie viel zu viel war da bitteschön ich habe alle bei mir gehen total bär die rede ich ja du da oben dort verwahrt ist was du das login ja halte klasse ich bin zu dumm zum finnischen alter laser gegeben zack und jetzt hier zack man darf Das ist als ob alle drei genockt waren, what the fuck. Der macht Jubelstimmung ab, wo ich nur ein Scheiß-Beeß-Plus-Sanz habe, alle. Der Fisch, alle. Seid ihr Team Banane oder Team Fisch, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall Team Fisch. Wurde ich aber gerade gerade los. Ey, warum muss ich immer wie lange den Kämpft, Eiser? Fisch. 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 Dann ist es weg. Wenn man es nicht brauche, ist es da. I say, ist da jemand? Tja, wo bist du, Lon? Oh, mein Gott, komm. Oh, no. Ja, als ob GalaxySkin nicht gesehen hat, Digga, das ist ja so verworren. Soll ich beenden auch mal das Video? Ich hoffe, hat das euch gefallen? Liked das Video, abonniert meinen Kanal. Ja. Tschau. Tradition.